Hallo, ich bin hier richtig bei Klaus Multiparking. Genau, und zwar hätte ich ein Problem mit meiner derzeitigen Parkplatzsituation. Und zwar finde ich in der Innenstadt nirgendwo einen geeigneten Parkplatz für mein Auto. Könnte ich da mal vielleicht bei Ihnen vorbeikommen? Okay, danke. 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 Okay. Okay, danke. Okay, danke. Okay, danke. Okay, danke. Okay, danke.